Ich hoffe einfach nur, dass das die beste Möglichkeit ist, herauszufinden, wo Crane sich aufhält. Er muss irgendwas, muss er ja notiert haben. Wenn er nicht sehr schlau ist, hat er irgendwas hinterlassen. Mit Sicherheit. Ich meine, die Bar wäre auch nicht schlecht. So, das ist nicht das Richtige. Was haben wir hier? Hier, die Tür ist auf. Entweder ist der Übersturz abgehauen, oder hier war schon jemand drin. Erstmal natürlich der Höftigkeit gebieten und fragen. Und jetzt gehen wir rein. Noch eine Stunde und 55 Minuten. Heißt das, wir sollten uns auch beeilen? Damit wir eventuell noch Zeit haben, einen weiteren Start-Obs. zu untersuchen. Ich bin gespannt. Naja, wir gucken uns hier erstmal um. Äh. Weinschrank, okay. Fehlen zwei Flaschen. Wird wohl seine Lieblingsmarke sein. Gut rausgehen müssen wir wahrscheinlich nicht. Das dürfte jetzt nicht sehr interessant sein. Gucken wir uns mal hier das Brigade an. Wahrscheinlich mit dem Bürgermeister Snow. Eine Stunde? Ja, mal schnell jetzt. Ähm. Und er selbst halt natürlich. So, wir haben hier, äh, irgendwie einen Anrufbeantworter gehabt. Komm schon, irgendwas. Irgendwas muss hier doch sein. Merry Christmas, Mr. Crane. Thanks for all. Äh, das ist schon lange her. Vermut ich. Hör nur mal rein. Hör nur mal rein. So, if you can go ahead and pay him by Friday, that would be great. Crooked man. Alright. This is all I could get. Everybody can stay upright. In the meantime. I'll have the rest for the next week. Ichabod Crane. See ya. What's going on here? Geld beschlagnahme, klar. Drauf geschissen. Beweismittel. Die können wir vielleicht für die Ermittlungen benutzen. Weiß man nicht. Ah. Ein Schlüssel. Wofür? So, den haben wir uns angehört. Das ist hier eine kleine Statue. Was macht die? Ah, der kopflose Reiter. Ich verstehe. Können wir nochmal gucken. Geil. Sehr detailliert. Ja, problematisch ist das Ganze. Ich weiß nicht. Ich habe hier, glaube ich, alles jetzt. Ich habe den Schlüssel. Ich weiß aber nicht, wofür der sein soll. Da ist Mr. Ichabod Crane. Gut, hier ist erstmal nichts. Die Frage ist halt, gibt es hier noch mehr? Ich weiß auch nicht, wie groß die Budi hier ist. Wirklich? Ein bisschen selbstverliebt, ne? Der gute Mann. Ein bisschen narzisstisch. Schlafzimmertür. Okay. Wir haben einen Schlüssel. Alles kein Problem. Wir müssen keine Gewalt anwenden. Wenn der überhaupt für das Schlafzimmer ist. Wenn ja, warum ist das abgeschlossen? Ah. Okay. 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 Ich weiß wie es aussieht, aber bevor du zuhörst in den Schlussfolgerungen, Crane payt mich für die Wälder seine Wälder, als er ist weg. Das ist ein Stipend. Aber du weißt, ich brauche den Arbeit. Ich würde es nicht für frei machen, oder? Du weißt, ich. Also, jetzt, dass ich fertig bin... Ich sehe keine Wälder. Hey! Okay! Du hast mich. Jetzt hör raus, komm schon. Ich hörte, Crane war in der Stadt. Ich dachte, dass er uns kleinen Menschen ein Parding-Gift verhielt. Oder nur ich ein Parding-Gift. Du hörst? Ich habe meine Wälder, okay? Du siehst, wie er lebt. Er braucht nichts davon. Und du hörst das von? Was ist das? Ich höre Dinge. Was willst du sonst noch sagen? Ich habe Geld, um zu bezahlen. Nicht, wie Crane's going to use any of this stuff. Did somebody send you and tell the truth? No! It's just me. Just take it easy. Ich weiß nicht, ob ich ihm glauben soll. ... ... ... ... ... ... ... Ich würde, ich lass die nicht gehen. Du bist, äh, blockierst du da, wenn du einfach, äh, spielst du durch. Du wißt du, auf der zweite Idee, es ist eigentlich lustig, dass ich dich in so gesehen habe. Ich denke, dass ich dir helfen kann. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber... Was hast du gesagt? Schau, ich habe ein bisschen Dirt auf der Kräne, die du interessiert bist. Wird auf der Straße? Er sagt, dass er eine Kirche in der Stadt hat. Ich kann dir, wer sie ist. Wenn du interessiert bist, die Information kommt bei einem Preis, aber... Wie einfach. Wie einfach für dich, Sheriff. Ich habe die Info, die du brauchst. Das ist ein einfaches Wunsch. Wir machen uns einen Deal. Ich erzähle dir über Kräne's Witch, und du verletzt, dass du mich hier hier gesehen hast. Eine Hand hat die andere. Wäste den ganzen Inziden unter der Räume. Schlagging! Was sagst du? Okay, fine. Du hast einen Deal. Perfekt. Jetzt erzähl mir, woher ich diese Witch finden kann. John Grip. Her Name ist Auntie Greenleaf. Kräne hat versucht, ihn unter den Räumen zu halten, seit Jahren. Ich bin nicht sicher, was er für sie benutzt. Aber wenn er nicht auf der 13. Kloche geht, dann wird es etwas illegal. Ich hoffe, dass du nicht liefst, Jack. Der Schatz ist auf sie, Sheriff. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo du sie finden würdest. Du musst mich schockieren. Aber sogar ein Name ist ein guter Start, richtig? Ich meine, das ist mehr als was du mitbekommen hast. Da hat er recht. Das ist korrekt. Ich lasse meine Augen örtlich für dich. Wenn ich etwas anderes finde, was du interessieren möchtest, werde ich sicher, dass ich dich wissen werde. Ich denke, dass dieses Arrangement für beide von uns auf der Linie benötigt werden kann. Schauen wir mal. Es war einfach schön, dich in die Tasche zu gehen, Baby. Hör mal einen Moment. Oh, komm mal! Frage ist, was ist denn in dieser Tasche drin? Aha. Na, guck mal, ist da nicht dieser Glimmerbehälter? Den kennen wir doch. Aber fuck mich nicht ab, Junge. Das ist ein Pawn. Das ist ein Pawn. Das ist ein Pawn. Das ist ein Pawn. Ich arbeite da manchmal, wenn ich da etwas Stabilität brauche. Das ist ein Pawn. Das ist ein Pawn. Das ist ein Pawn. Findet ihr noch mehr davon? Nein. Gib sie mir zu mir. Was? Du kennst sie mir. Hand sie mir. Das ist es? Ach, der Schwein gehabt, ey. Wir sind hier drin, Snub. Wir? Wer ist da drin? Was macht er hier? Morgen, Frau White. Guten Morgen. Was ist passiert? Er ist hier, um Hilfe zu helfen. Jack hat ein paar Informationen über Crane's Witch. Oh. Was hat er mir versprochen? Ihr Name ist Greenleaf. Anti-Greenleaf. Wir halten unser Wort. Wir wissen, wo wir sie finden können. Wir haben sie gut. Wir haben sie in 2.00 Uhr. Und Snub, ich gefunden habe eine Note mit ein paar Geld verbreitet. Crane hat sie aus Fabletown geflüchtet. Natürlich. Ich denke, weil sie nicht so gut ist. Ich bin kein Zeug. Ich bin ein Zeug. Aber ich bin ein Zeug. Ich glaube, es ist ein Zeug. Wir müssen ihn finden. Ich glaube, es ist verbunden. Vielleicht haben die Mädchen herausgefunden. Ich weiß nicht. Vielleicht. Crane ist mit Greenleaf in 2.00 Uhr. Und wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Wir werden es so weit entfernt, wie es ist. Wird sie nicht in der Geschäftsbewegung sein? Ich habe Bufkin zu suchen, aber so far, wir haben nichts gefunden. Ich gebe ihm den Namen, aber wir haben keine Zeit, um zu warten. Du solltest Holly versuchen. Sie hat noch alles Lillys. Wenn sie es nicht verbrannt hat. Es gibt noch Tweedledees. Wir wissen, dass sie involviert sind. Und wir wissen, dass das ist, wo Bluebeard ging. Wo willst du gehen? Wir haben nicht viel Zeit. Warte mal. Wir haben den Namen. Wir haben dieses Lucky Porn vom Chroman. Der stand auch auf dem Zettel drauf. Und dem hat Crane Geld geschuldet. Das heißt, die haben irgendwas miteinander zu tun. Irgendwelche Machenschaften. Vielleicht hat er auch das Glimmer besorgt. Den Glimmer. Oder hat die Hexe vermittelt. Oder die Hexe arbeitet für den Chroman. Ich weiß es. Das weiß ich nicht. Die Trip Trapper. Also Holly wäre natürlich ein Anlaufpunkt. Um eventuell in den Sachen nochmal was zu finden. Ja. Andererseits. Mich würde das interessieren. Wenn ich ins Büro der Tweedledel Brüder gehe. Was da passiert. Weil Blaubart ist zum Büro gegangen. Ich gehe zum Büro. Ganz ehrlich. Ich gehe den Tweedledel Brüdern einen Besuch. Ich bin sicher, dass sie etwas wissen. Okay. Ich gebe Buffkin den Namen und hoffe, dass er etwas in den Regionen findet. Lass mich wissen, was er mit kommt. Ich bin in Kontakt. Ich hoffe, dass ihr das auch machen könnt. Wir sehen uns jetzt. Hör auf, Jack. Ich will mit dir sprechen. Ach ja. Heather wäre mal schneller abgehauen. Ach verdammt, verdammt, verdammt. Ich bin jetzt nur hier gegangen, weil ich hoffe, dass ich Blaubart da finde. Muss ich gestehen. Oh, hi, Bluebeard. Oh nein, ich bin sorry, big guy. Du kannst nicht in. Ja, ja, weil das Ding ist. Und ich weiß nicht, ob du es hörst. Aber ich bin ein 3. Degrees Blackbelt. Und, äh, du weißt, was auch. Also ich würde keine Chance nehmen, hombre. Der letzte Mann mit mir mit mir hat seine Marbles kicked durch seinen abdomen. All right? Excuse me. Oh. Hi, Sheriff. Flycatcher. Are you okay? Your face? Bluebeard was here. He was looking for something. I don't know what. He said it was an official investigation. But how was I supposed to know if he was telling the truth. And when I wouldn't let him in. Shit. I found what he was looking for, I guess. It's just super annoying. Verdammt. Verdammt. Verdammt, wir sind zu spät. Shit. Was he telling the truth. He said you sent him. But I don't know. I just thought he was lying. I'm not supposed to just let people in here. But then he got mad saying. God. Just terrible things. He was lying. I didn't send him here. You did the right thing. Okay. Good. Ja, das ist gut. Ah, verpasst. Schade, ich hätte eher gehofft, dass wir den vielleicht noch auf frischer Tat erwischen oder so. Aber so können wir wenigstens alles abgehen, weil ich glaube, wenn wir jetzt in die Bar gegangen, hätten wir nicht mehr zum Büro gehen können.